Hallo Elias, wir sind die Stuttgart Rebels. Wir haben von Kent gehört, dass du schwer krank bist, aber ein richtiger Kämpfer bist und Eishockey-Fan dazu. Die Stuttgart Rebels wollen dir ein Trikot schenken, von allen unterschrieben, das werden wir dem Kenneth beim nächsten Heimspiel mitgeben. Und wenn es dir besser geht, ich hoffe, dass du uns auch mal besuchen kannst. Wir laden deine Familie in den VIP-Raum ein und hoffen, dass du viel Spaß dran hast. Elias, wir wünschen dir alles Gute! Wir sind im Rammel! Atombkante! Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! Let's get ready! Let's get ready to rumble!